Krankheit ist kein Zufall, sondern eine ganz logische Auswirkung unseres Lebens, wenn wir begriffen haben, dass unser Körper ein Zusammenschluss von Zellen, Geweben und Organen ist, die von unserem Gehirn gesteuert werden. Unser Gehirn hat dabei die Aufgabe, diesen, unseren Körper, über Leben zu halten und das macht er mit der ihm eigenen Perfektion. Stellen Sie sich Ihr Gehirn wie einen Schallschrank vor, mit lauter Drehschaltern, sowie die Lautstärkeregler beim Radio, die mal stärker eingestellt werden, mal weniger stark. Jeder dieser Schalter steuert ein ganz spezifisches Gewebe in Ihrem Körper. In jeder Sekunde kommen Millionen von Eindrücken in unserem Gehirn an und werden von unserem Gehirn in enormer Geschwindigkeit gescannt und sortiert und geschaut, ob es eine Gefahr für unser Leben besteht oder ob ein biologisches Bedürfnis unseres Körpers nicht erfüllt ist. Es greift dabei auf seinen Schatz an Erfahrung zu, den es im Laufe seines Lebens gesammelt hat. Dort ist dann auch gespeichert, welche Schalter in welcher Intensität geschaltet werden müssen, damit aus der Erfahrung heraus möglichst gut mit dieser Situation umgegangen werden kann. Also was hat sich früher einmal in so einer Situation bewährt? Es liegt dann in genau diesen Gehirnbereichen, die geschaltet werden, eine erhöhte Spannung an. Das heißt für die damit verbundenen Gewebe, dass diese im Stressmodus laufen. Schauen wir uns das mal für einen solchen Schalter an. Wenn der Schalter eingeschaltet wird, kommen wir halt in Stressmodus. Wir haben erhöhte Anspannung. Wenn der Schalter ausgeschaltet wird, brauchen wir genau dieselbe Zeit für die Entspannung. Bis dann wieder Ruhe ist. Das passiert immer, immer wieder bei verschiedenen Situationen in unserem Gehirn. Mal mit stärkerer Intensität, mal mit schwächerer Intensität. Das passiert ganz genau so, wie aktuell die Situation es nach Meinung unseres Gehirns erfordert. Das ist ein stetiger Rhythmus, in dem sich unser Körper an die Umgebung anpasst. Das nennt sich Leben. Zu Krankheit kommt es, wenn die automatische Reaktion des Körpers nicht in annehmbarer Zeit, zum Beispiel von ein paar Minuten, zum Erfolg führt, das heißt zum Erfüllen des biologischen Bedürfnisses. Warum das so ist, ist bei jedem Menschen anders und sehr spezifisch. Das hat seine Ursache in alten Erfahrungen, eingeprägten Verhaltensmustern und im Glaubenssystem dieses Menschen. Deshalb sollte eine Therapie, die Ursachen beheben möchte, auch dort ansetzen. Dann schauen wir uns an, was passiert, wenn so ein Schalter über einen längeren Zeitraum nicht wieder ausgeschaltet wird. Wir haben jetzt in diesem Diagramm denselben Fall, nur hier haben wir über einen längeren Zeitraum von Monaten, Jahren immer eine erhöhte Anspannung. Sie wird dann mit der Zeit meist etwas herunter transformiert, wo wir uns an die Situation anpassen. Wir nennen das dann unseren Charakter. Und wir können mit dieser Anspannung es bis in den Tod treiben und immer weiter so machen. Wenn aber der Zeitpunkt kommt, dass wir durch eine Verhaltensänderung, durch einen Quantensprung in unserem Denken, durch die Änderung der äußeren Gegebenheiten eine Lösung dieses festgehaltenen Konflikts haben, also wenn das biologische Bedürfnis erfüllt ist, aus welchem Grund auch immer, dann fängt wie im Rhythmus normal die Regeneration an. Das heißt, es kommt zu einer Entspannung. Da sich aber in dieser Zeit der Anspannung im Gehirn natürlich etwas getan hat, weil wenn in einem Gehirnbereich lange Zeit irgendwo Spannung anliegt, kommt es zu einem Kristallisationsprozess. Also es fährt sich so ein bisschen fest, es ist eine Kristallbildung im Gehirn. Wir merken diese Phase. Dort sind wir sehr aktiv. Wir haben ganz viel Energie, um irgendwas durchzusetzen. Unsere Gedanken kommen nicht zur Ruhe, weil unsere Gedanken, die vielen Gedanken, die wir haben, sind nur ein Symptom genau dieser Phase. Und unsere Gedanken wollen uns dann sagen, mache das, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird. Also unser Körper macht in dieser Zeit alles, um unser biologisches Bedürfnis möglichst schnell zu erfüllen. Er sendet uns ganz viele Gedanken, damit wir das Problem lösen. Wenn wir es dann geschafft haben, dann möchte natürlich einerseits der Gehirnbereich, der ja unter lange Zeit Anspannung gelaufen ist, und auch der Gewebebereich wird jetzt sozusagen eine Regenerationspause brauchen. Das heißt, alle plötzlichen Ereignisse, die uns mal eben aus dem Leben rausholen und uns sagen, Pause, jetzt ist Schluss, der Körper will nicht mehr so, die finden wir in diesen Bereichen. Deshalb werden die bevorzugt gerne Krankheit genannt. Aber das sind eigentlich die Selbstheilungsvorgänge des Körpers. Der Körper ist jetzt in diesem Moment dabei, möglichst viel Wasser ins Gewebe und in den Gehirnbereich zu bringen, um das, was sich über die lange Zeit der Anspannung aufgebaut hat, wieder zu regenerieren. Also Gewebe, die hier mehr geworden sind, wieder abzubauen, oder Gewebe, die sich hier unter der Anspannung abgebaut haben, hier wieder aufzubauen. Also hier passiert ganz viel, hier haben wir Entzündungen, hier haben wir Fieber. Also hier ist sozusagen der Bereich, den wir normalerweise als Krankheit bezeichnen. Und der ist natürlich umso intensiver, umso länger und intensiver die Phase der Anspannung war. Und hier wirken die ganzen Mittel, die die verschiedenen Medizinen über die Jahre herausgefunden haben. Ob es nun die Schulmedizin ist mit den chemischen Mitteln oder die Naturmedizin mit ihren erpflanzlichen Mitteln. Ziel ist es dort, diese Phase etwas abzumildern, damit sie für uns leichter erträglich wird. Durch müssen wir durch diese Phase. Unser Körper möchte sicher regenerieren. Und dann gibt es sozusagen mitten in dieser Regenerationsphase, gibt es so den Punkt, an dem das Wasser im Gehirn, was sich dort hingezogen hat, um das Kristall aufzulösen, wieder ausgeschieden werden muss. Und das ist mit einer hohen Anspannung und hohen Sympathikotonie verbunden. Und das aus vollkommener Entspannung. Also wir schlafen ganz gemütlich und auf einmal sind wir hellwach. Dort sind auch ganz viele Ereignisse wie epileptische Anfälle und sowas, die uns erscheinen, als kommen sie aus dem Nichts. Aber sie sind die Folge eines langen Prozesses von über mehrere Monate, über lange Zeiträume mit hoher Intensität. Und danach werden dann halt alte Schlacken ausgeschieden und der Körper normalisiert sich. Das wäre so der Fall, wenn er ganz normal durchläuft. Das ist bei Menschen eher ungewöhnlich, oder wenn der Mensch, wenn er hier ist, denkt er, oh, ich glaube meinen Gedanken und fange wieder da vorne an. Also der menschliche Normalfall ist es nicht, aber so würde der Rhythmus sein, wenn er gerade durchgehen würde. Und natürlich ist das nur ein Schalter. Wenn irgendein biologisches Bedürfnis nicht erfüllt ist, sind auch garantiert mehrere Schalter betroffen. Und diese Summe an Aktivierungen und Lösungen, die auch völlig gemischt auftreten, je nachdem welcher Schalter das ist, die nennen sich dann unsere Krankheitsbilder. Und das ist das, was dann in unserem Leben passiert. Und wir können natürlich davor Angst haben. Aber wir können auch einfach sagen, okay, diese Phasen der Regeneration gehören zu unserem Leben dazu. Und sie sind vollkommen normal, wenn wir vorher unseren Körper lange Zeit unter Anspannung gefahren haben. Und diese Anspannung, die merken wir irgendwann nicht mehr. Und unser Körper passt sich natürlich an und sagt, ach, das ist normal, dieser Anspannungslevel, der da ist. Und deshalb bekommen wir es in unserem Bewusstsein nicht mehr so mit, sondern denken, ja, das ist normal, das ist zu unser Leben. Und deshalb brauchen wir ab und an mal Therapeuten, die uns helfen, dort neue Blickwinkel zu finden. Welchen Weg sie jetzt für sich finden, damit ihre Schalter nicht mehr so lange an sind oder wie sie diese Phasen möglichst gut überstehen, ist auch sehr persönlich. Da gibt es keine Regeln, das muss jetzt so sein. Das hängt davon ab, warum schaltet sich dieser Schalter so lange nicht wieder aus und dann, was glaubt der Mensch über das Leben und über die Welt, damit er möglichst gut durchkommt. Wie geht er mit der Welt um? Das heißt, das beste Weltbild ist das, was uns möglichst gut handlungsfähig macht. Was uns hilft, wenn wir die Situation nicht bekommen, hier zu reagieren und möglichst schnell den Schalter auszuschalten und manchmal auch möglichst dacht und langsam, damit diese Phasen nicht so schnell werden, nicht so groß werden.